Wohin ging er? Heimwärts. Aber er nahm einen Umweg, machte einen Spaziergang vors Tor hinaus, weil er Zeit hatte. Er ging über den Mühlenwall und den Holstenwall und hielt seinen Hut fest vor dem Winde, der in den Bäumen rauschte und knachte. Dann verließ er die Wallanlagen und fern des Bahnhofes, sah einen Zug mit plumper Eilfertigkeit vorüberpuffen, zählte zum Zeitvertreib die Wagen und blickte dem Manne nach, der zu höchst auf dem Allerletzten saß. Aber am Lindenplatze machte er vor einer der hübschen Villen Halt, die dort standen, spähte lange in den Garten und zu den Fenstern hinauf und verfiel am Ende darauf, die Gatterpforte in ihren Angeln hin und her zu schlenkern, sodass es kreischte. Dann betrachtete er eine Weile seine Hand, die kalt und rostig geworden war, und ging weiter, ging durch das alte, untersetzte Tor am Hafen entlang und die steile, zugige Gasse hinauf zum Haus seiner Eltern. Es stand, eingeschlossen von den Nachbarhäusern, die sein Giebel überragte, grau und ernst wie seit drei Jahrhunderten, und Tonio Kröger las den frommen Spruch, der in halbverwischten Lettern über dem Eingange stand. Dann atmete er auf und ging hinein. Sein Herz schlug ängstlich, denn er gewärtigte, sein Vater könnte aus einer der Türen zur ebener Erde, an denen er vorüberschritt hervortreten, im Kontorrock und die Feder hinterm Ohre, ihn anhalten und ihn wegen seines extravaganten Lebens streng zur Rede stellen, was er sehr in der Ordnung gefunden hätte. Aber er gelangte unbehelligt vorbei. Die Windfangtür war nicht geschlossen, sondern nur angelehnt, was er als tadelnswert empfand, während ihm gleichzeitig Zumute war, wie in gewissen leichten Träumen, in denen die Hindernisse von selbst vor einem weichen Untmann, von wunderbarem Glück begünstigt, ungehindert vorwärts dringt. Die weite Diele mit großen, viereckigen Steinfliesen gepflastert, widerhallte von seinen Schritten. Der Küche gegenüber, in der es still war, sprangen wie vor Alters in beträchtlicher Höhe die seltsamen, plumpen, aber reinlich lackierten Holzgelasse aus der Wand hervor, die Mägdekammern, die nur durch eine Art freiliegender Stiege von der Diele aus zu erreichen waren. Aber die großen Schränke und die geschnitzte Truhe waren nicht mehr da, die hier gestanden hatten. Der Sohn des Hauses beschritt die gewaltige Treppe und stützte sich mit der Hand auf das weiß lackierte, durchbrochene Holzgeländer, in dem er sie bei jedem Schritte erhob und beim nächsten sachte wieder darauf niedersinken ließ, wie, als versuche er schüchtern, ob die ehemalige Vertrautheit mit diesem alten, soliden Geländer wiederherzustellen sei. Aber auf dem Treppenabsatz blieb er stehen, vorm Eingang zum Zwischengeschoss. An der Tür war ein weißes Schild befestigt, auf dem, in schwarzen Buchstaben zu lesen war, Volksbibliothek. Volksbibliothek, dachte Tonio Kröger, denn er fand, dass hier weder das Volk noch die Literatur etwas zu suchen hatten. Er klopfte an die Tür. Ein Herein ward laut und er folgte ihm. Gespannt und finster blickte er in eine höchst unziemliche Veränderung hinein. Das Geschoss war drei Stuben tief, deren Verbindungstüren offen standen. Die Wände waren fast in ihrer ganzen Höhe mit gleichförmig gebundenen Büchern bedeckt, die auf dunklen Gestellen in langen Reihen standen. In jedem Zimmer saß hinter einer Art von Ladentisch ein dürftiger Mensch und schrieb. Zwei davon wandten nur die Köpfe nach Tonio Kröger, aber der erste stand eilig auf, wobei er sich mit beiden Händen auf die Tischplatte stützte, den Kopf vorschob, die Lippen spitzte, die Brauen emporzog und den Besucher mit eifrig zwinkernden Augen anblickte. »Verzeihung«, sagte Tonio Kröger, ohne den Blick von den vielen Büchern zu wenden, »ich bin hier fremd, ich besichtige die Stadt. Dies ist also die Volksbibliothek. Würden Sie erlauben, dass ich mir ein wenig Einblick in die Sammlung verschaffe?« »Gern«, sagte der Beamte und zwinkerte noch heftiger. »Gewiss, da steht jedermann frei. Wollen Sie sich nur umsehen. Ist Ihnen ein Katalog gefällig?« »Danke«, antwortete Tonio Kröger, »ich orientiere mich leicht.« Damit begann er langsam an den Wänden entlang zu schreiten, indem er sich den Anschein gab, als studiere er den Titel auf den Bücherrücken. Schließlich nahm er einen Band heraus, öffnete ihn und stellte sich damit ans Fenster. Hier war das Frühstückszimmer gewesen. Man hatte hier morgens gefrühstückt, nicht droben im großen Esssaal, wo aus der blauen Tapete weiße Götterstatuen hervortraten. Das dort hatte als Schlafzimmer gedient. Seines Vaters Mutter war dort gestorben, so alt sie war unter schweren Kämpfen, denn sie war eine genussfrohe Weltdame und hing am Leben. Und später hatte dort sein Vater selbst den letzten Seufzer getan, der lange korrekte, ein wenig wehmütige und nachdenkliche Herr mit der Feldblume im Knopfloch. Tonio hatte am Fußende seines Sterbebettes gesessen, mit heißen Augen, ehrlich und gänzlich hingegeben an ein stummes und starkes Gefühl an Liebe und Schmerz. Und auch seine Mutter hatte am Lager gekniet, seine schöne, feurige Mutter ganz aufgelöst in heißen Tränen, worauf sie mit dem südlichen Künstler in blaue Fernen gezogen waren. Aber dort hinten, das kleinere, dritte Zimmer, nun ebenfalls ganz mit Büchern angefüllt, die ein dürftiger Mensch bewachte, war lange Jahre hindurch sein eigenes gewesen. Dorthin war er nach der Schule heimgekehrt, nachdem er einen Spaziergang wie eben jetzt gemacht. An jener Wand hatte sein Tisch gestanden, in dessen Schublade er seine ersten innigen und hilflosen Verse verwahrt hatte, der Walnussbaum. Eine stechende Wehmut durchzuckte ihn. Er blickte seitwärts durchs Fenster hinaus. Der Garten lag wüst, aber der alte Walnussbaum stand an seinem Platze, schwerfällig knarrend und rauschend im Winde. Montonio Kröger ließ die Augen auf das Buch zurückgleiten, das er in Händen hielt, ein hervorragendes Dichtwerk und ihm wohl bekannt. Er blickte auf diese schwarzen Zeilen und Satzgruppen nieder, folgte eine Strecke dem kunstvollen Fluss des Vortrages, wie er in gestaltender Leidenschaft sich zu einer Pointe und Wirkung erhob und dann effektvoll absetzte. »Ja, das ist gut gemacht«, sagte er, stellte das Dichtwerk weg und wandte sich. Da sah er, dass der Beamte noch immer aufrecht stand und mit einem Mischausdruck von Diensteifer und nachdenklichem Misstrauen seine Augen zwinkern ließ. »Eine ausgezeichnete Sammlung, wie ich sehe«, sagte Tonio Kröger. »Ich habe schon einen Überblick gewonnen. Ich bin Ihnen sehr verbunden. Adieu.« Damit ging er zur Tür hinaus. Aber es war ein zweifelhafter Abgang und er fühlte deutlich, dass der Beamte, voller Unruhe über diesen Besuch, noch minutenlang stehen und zwinkern würde.